Also die gestapelte Stadt behandelt eigentlich ein grosses Thema, wie man auf wenig Raum viele Menschen zusammenbringt, was früher noch nebeneinander existiert hat, wird in Zukunft aufeinander existieren. Und die Frage, die natürlich sehr prominent ist, ist, wie man das macht, was der Mehrwert ist, wenn man Sachen übereinander stellt, was das für Typologien sind, die übereinander funktionieren können und das ist noch sehr wichtig, was das für Räume sind, die dabei entstehen. «This is next to that» ist ein Zitat von Rain Marcus, einem holländischen Philosoph, der auf extrem treffende Art und Weise fast gedichtartig die enge und die dichte beschreibt, wie unterschiedliche Sachen aufeinander trifft, miteinander im Verbund steht und sich in einer ständigen Nachbarschaft befindet. Und das haben wir sehr inspirierend gefunden für die Aufgabestellung, was neben und aufeinander ist, weil die Frage ist, was für Nachbarschaften entstehen. Also wir haben das sehr inspirierend und auch als eine Art Losung für unseren Entwurf verstanden. «This is next to that» ist nichts anderes als ein Projekt, das versucht, auf unglaublicher, räumlicher Nähe, eine enorme programmatische, nutzungsspezifische Vielfalt zu etablieren, dass die Nähe und die Vielfalt an diesem Ort eine maximal grosse, urbane Qualität erzeugt. attine. Spannende Musik Vielen Dank.